Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kennt man tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr? Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro umliegen. Grünen-Chefin Ricarda Lang weiß nicht, wie hoch die Durchschnittsrente in Deutschland ist. Bei Markus Lanz tippte sie nach langer Überlegung auf 2000 Euro. Das liegt knapp 500 Euro über der Realität. Was sagen die Menschen über so viel Ahnungslosigkeit? Wir haben uns in der Münchner Innenstadt umgehört. Da fällt einem nichts mehr ein. Das ist versprachlos und kocht. Ich kann nicht rechnen. Dass es ja an der Realität vorbeispricht. Ich würde sagen, die Durchschnittsrente ist 1500, 1600 Euro. Und wenn man keine Betriebsrente hat, dann ist man sowieso sehr arm dran. Wie wollen Sie in München leben mit 1600 Euro? Können Sie nicht. Ich weiß nicht, welchen Gleisen Sie verkehrt. Ich glaube nicht, 2000 Euro. Also, ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich 1500 Euro in der Hand, das mir bleibt. 45 Jahre lang hat Konstantin C. als Feinmechaniker gearbeitet. In einem Jahr geht er in Rente und erhält dann rund 1500 Euro im Monat. Seine Frau Gabriele C. arbeitet als Sachbearbeiterin. Die 64-Jährige erwartet im nächsten Jahr eine Rente von rund 1100 Euro. Für eine private Altersvorsorge fehlte dem Ehepaar das Geld. Von welchem Geld bitte? Wenn ich 3000 Netter verdient hätte, können wir drüber reden. Aber mit 1300 Netter auf die Hand, was mache ich denn mit 1100 Miete? Frage, von was für ein Geld? Von was für ein Geld sind die Friseusinnen, Krankenschwestern, die ganzen Sozialberufe von vorken Geld? Anastasia D. kam 1968 als griechische Gastarbeiterin nach Deutschland und hat als festangestellte Elektrotechnikerin jahrzehntelang in die deutsche Rentenkasse eingezahlt. Als Frührentnerin erhält sie mit rund 20% Abzügen 1000 Euro gesetzliche Rente im Monat. Die Rentenaussage von Ricarda Lang lässt die Grünen-Wählerin ernüchtert zurück. Mir ärgert das, weil wir erwarten von denen, dass die nah am Volk sind und wissen, wie es den Leuten geht. Ich habe die Grünen unterstützt, jahrelang und heute noch. Und jetzt bin ich so enttäuscht. Fern von den Sorgen der Bürger erlebt auch Christian F. die Bundesregierung. Er hat 32 Jahre als Ingenieur gearbeitet und kommt nach eigenen Angaben deutlich unter 2000 Euro Rente im Monat. Deshalb hat er bereits früh begonnen, privat vorzusorgen. Die Politiker leben irgendwo noch nicht in der Realität. Die leben irgendwo im Kuckucksheim, die wissen nicht, was los ist. Das interessiert sie auch nicht. Was wäre, wenn es ab sofort die Langrente gäbe? Also durchschnittlich rund 500 Euro mehr? Wir haben die Münchner Rentner gefragt, was sie sich davon kaufen würden. Meinem Kind schenken oder meinem Enkel. Oder dann was Gutes tun. Machen wir auch, gell? Eine größere Wohnung und etwas auch für die Sozialeinrichtungen geben, dass es den Leuten auch besser geht. Weiß ich nicht. Ausgeben. Wir reisen wahrscheinlich. Meine Kinder unterstützen, die Enkelkinder. Weil die jungen Leute haben ja sehr schwer, heute eine Miete zu zahlen. Lebensmittel ist teurer geworden. Ist alles teurer geworden. Wenn du siehst...